Liebe Schülerinnen und Schüler, um gut mit der Fernlehre starten zu können, müsst ihr euch als erstes bei unserer Lernplattform LMS registrieren. Geht dazu auf die Seite lms.at und in der rechten oberen Ecke findet ihr den Button für die Neuregistrierung. Klickt hier auf den Button Registrieren. Ihr kommt dann auf diese Seite. Hier müsst ihr jetzt als erstes die richtige Schule auswählen. Wir wählen hier das Bundesland Niederösterreich. Unsere Schule befindet sich im Bezirk Mistelbach und bei Schule wählen sucht ihr jetzt die LBS La an Datei aus. Anschließend müsst ihr hier unten sorgfältig eure eigenen Daten angeben. Ihr müsst hier zuerst euren Vornamen eintragen, anschließend euren Nachnamen und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr hier eure E-Mail-Adresse angebt, unter der ihr immer erreichbar seid. Die E-Mail-Adresse unbedingt anschließend noch einmal kontrollieren. Dann gebt ihr hier euer Geburtsdatum ein und nun braucht ihr für die Plattform, damit ihr euch wieder anmelden könnt, ein Passwort. Dieses Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und ihr müsst euch dieses Passwort wirklich gut merken, damit ihr euch wieder anmelden könnt. Bevor ihr dann auf den Button Registrieren klickt, kontrolliert bitte alle Daten noch einmal ganz genau. Dann klickt ihr auf Ja, ich stimme den Nutzungsbedingungen zu und anschließend auf den Button Registrieren. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann findet ihr jetzt in der rechten oberen Ecke euren Namen. Um zu kontrollieren, ob ihr euch wieder anmelden könnt, klickt ihr links oben auf diese drei roten Streifen und klickt auf den Button Logout. Nun sind wir wieder auf der Startseite und ihr versucht euch jetzt mit eurer E-Mail-Adresse und mit eurem Passwort gleich noch einmal anzumelden. Wenn wieder in der rechten oberen Ecke euer Name steht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Gratulation! Jetzt könnt ihr auf weitere Anweisungen eurer Lehrerinnen und Lehrer warten.